Hallöchen ihr Lieben, ich wollte euch wirklich nur ganz kurz Bescheid sagen, dass wir heute halt dann nochmal streamen, wie ich auch schon im letzten Stream angekündigt hatte, klappt das. Wir fangen auch wieder um 19 Uhr an, das finde ich immer ein bisschen entspannter, dann hat man hinten raus ein bisschen mehr Zeit, wobei ich jetzt nicht glaube, dass wir super viel länger als zwei Stunden spielen werden. Und wir zocken dann auch wieder Clio, A Pirate's Tale, da hatten wir uns ja etwas mehr als die erste Stunde schon gemeinsam angesehen, den habe ich auch hier schon hochgeladen auf YouTube, damit ihr es nachholen könnt vor dem Stream. Und ja, da freue ich mich schon drauf, es war sehr lustig und war sehr schön und ich glaube, da können wir gut gemeinsam rätseln dann im Stream. Und weil die Frage kam, ich lade auch gleich oder parallel, ich weiß es nicht genau, heute auf jeden Fall noch den zweiten Teil dann des Streams von Turn a Boy Commits Tax Evasion hoch. Auch das Spiel hat uns doch wieder sehr viel Spaß gemacht. Na gut, also ich würde mich freuen, wenn ihr nachher vorbeischaut, dann bis dann, ciao, ciao!